Finanzkaufleute bei der FG Finanz Service haben die volle Freiheit, welche Produkte sie ins Portfolio aufnehmen, wie viele Kunden sie betreuen und wie sie ihren Arbeitstag gestalten. Dazu gehört auch die alle sechs Wochen stattfindende Schulung der FG Finanz, so wie heute in Galledorf. Seit 1981 begleitet und berät die FG Finanz Service nachhaltig, unabhängig und individuell Bereich Finanz- und Vermögensberatung. Unsere Neutralität bringt dabei unschätzbare Vorteile. Wo andere an einem einzigen Produktpartner oder Konzern gebunden sind, greifen wir frei auf ein vielfältiges Produktportfolio zu. Umsatzvorgaben gibt es bei der FG Finanz Service nicht. So finden wir stets die individuelle beste Lösung und schaffen nachhaltige Finanzkonzepte. Mit uns hat Ihre Zukunft Zukunft.